Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon 3D. Ja, im letzten Part haben wir durch taktisches Spielen uns die Siege gegenüber Eugene oder Eusin, aber ich glaube das heißt Eugene Ohrschneid. Okay, und gegen die ersten beiden, haben wir den zweiten Trainer, haben wir den zweiten Trainer besiegt? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall den ersten Trainer in der Arena von Anemonia, Anemonia City? Ist doch Anemonia City, ne? Okay, gut. Ja, müsste Anemonia City sein. Anemonia, Anemonia, ja. Ist alles richtig. Gut, und heute machen wir gleich weiter. Wir sind hoffentlich gut aufgestellt. Wir haben ja schließlich jetzt auch noch einen Impergator. Und wir haben tatsächlich... Ach, haha. Oh nein, ich hab was vergessen. Stimmt ja. Wir müssen nochmal zurück. Ich hab... Ich hab's verdrängt. Und eigentlich wollte ich jetzt einen Schnitt setzen, aber... Hm... Haben wir Schutz? Das reicht völlig aus. Wir aktivieren das, dann kommen wir schneller voran. Und vielleicht können wir währenddessen ein bisschen reden. Und, naja, es passt eigentlich ganz gut, weil ich gerne... Hm... Sagen wir mal so... Dein Ernst, Tentacher? Ich habe einen super Schutz an... Dann kommt so ein Lappen? Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es ist so. Ähm, nein. Ich wollte meinen Senf zu einem momentan aktuelles... Sehr... Schönes Thema für uns Pokémon-Fans. Und sehr nerviges Thema für Außenstehende... Äh... Da wollte ich meinen Senf dazugehen. Es geht um Pokémon Go. Ich hab's jetzt, ähm... Endlich nach sehr vielen... Ich musste sehr viel Speicher frei machen, um, ähm... Dieses Spiel auf meinem iPhone spielen zu können. Das war echt ein zäher Kampf, das Spiel in Gang zu kriegen. Aber dann... Wow... Tentoxa. Aber dann, als ich, ähm... Irgendlich spielen konnte, konnte ich in den vollen Genuss kommen. Und... Ich werde jetzt das, ähm... Spiel in verschiedenen... Auf verschiedenen Sichtweisen, ähm... Erläutern. Durchleuchten, wie man das so schön sagt. So... Nervige Tentaxa. Kommen wir erstmal, ähm... Ja... Kommen wir erstmal zum Spielspaß. Also der Spielspaß ist... Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das Spiel animiert einen rauszugehen, was wirklich... Kaum ein Videospiel es, glaube ich, jemals geschafft hatte. Ich kann mich daran erinnern, es gab zwar damals sowas ähnliches wie, ähm, mit dem Poké Walker. Aber, naja, nicht so ähnlich. Es war eher... Ja... Zwar, man konnte da sein Pokémon von der Edition aus so ein kleines Ding laden. Und dann... War so eine Art Schrittzähler. Ähm... Das gab so den Pokémon Editionen Hardgold und SoulSilver als Zusatzding mit. Und dann konntest du damit halt durch die Gegend laufen und... Durchgehen, ähm... Verschiedene Items sammeln, gegen Pokémon kämpfen, etc. Und halt in... Ja, in diese damaligen Tamagotchi-Formate. Dies ist, äh, ein ziemlich erweiterter, ähm... Erweitertes Spiel davon. Ich finde es erstaunlich. Ich muss... Sagen, es ist ziemlich erstaunlich, wie haargenau... Ähm... Naja, nicht haargenau, aber fast genau... Dieser Charakter. Wir haben ja da so einen Charakter. Der bewegt sich ja immer dann, ähm... Wenn wir uns bewegen, natürlich. Und da sieht man halt die Straße und... Der läuft genau daneben. Willst du wieder mich ärgern? Tastatur? Wir hatten das das letzte Mal. Böse Tastatur. Und auf jeden Fall, ähm... Äh, nee, ich möchte es jetzt momentan nicht haben. Nein, nein, nein. Ähm... Die Art und Weise, wie das Spiel ist, ist grandios. Es ist ein Spiel, auf was viele Pokémon-Fans seit lange gewartet... Ähm... Seit langem gewartet drauf haben. Ich hoffe, der Satz war irgendwie richtig. Keine Ahnung. Und... Also die Idee ist grandios und die Pro-Argumente für dieses Spiel sind. Viele sagen, äh, jetzt glotzen alle nur noch auf ihr Handy und gucken nicht auf den Verkehr, etc. Und sprechen mit niemandem. Ähm... Zum größten Teil muss ich diese ganzen Vorwürfe widerlegen. Zum Beispiel jetzt gerade ist eine riesige Nachtwanderung für Pokémon Go gerade in... Äh... Es verbindet Leute. Man wird auf der Straße angesprochen. Man... Kommt ins Gespräch und... Das ist der positive Faktor. Jetzt bin ich ein bisschen... Ich muss mal kurz meinen kleinen Erfahrungsbericht hier beenden, weil ich ein bisschen... Müsste nicht hier ein Typ kommen, der mir Stärke gibt? Oder findet man das hier? Ich weiß es nicht. Oh! Why not? Genau... Naja, da... Da kommen wir gleich zu. Erstmal eins nach dem anderen. Ähm... Erstmal muss ich gucken, wo der Typ ist mit Stärke. Hm... Habe ich irgendwas verpasst? Aber eigentlich bekommt man Stärke hier. Warte mal, vielleicht muss ich bis zur nächsten... Muss ich zur Insel... Ich surf mal kurz zur Insel. Das schneide ich noch nicht durch. Ich gehe mal auf ein höheres Puls. Hä? Ich war mir eigentlich zu über 150% sicher, dass man hier Stärke bekommt. Oder hat man das jetzt anders gemacht? Eigentlich nicht. Oder hat man hier Blitz bekommen? Und Stärke müsste man woanders... Oh, da hat man vielleicht... Kriegt man Stärke vielleicht von... Ne, von Yasmin doch nicht. Stärke bekommt man noch vor all dem Ganzen. Ich gehe mal nochmal hier... Ich gucke mal mich hier nochmal um. Naja, auf jeden Fall, ähm... Ist das wirklich das große Plus für dieses Spiel, dass man halt sich trifft, ins Gespräch kommt und sich auch in Gruppen bewegt. Ähm... Da muss mir erstmal jemand sagen, welches Spiel das schon jemals getan hat. Ähm... Zwar nochmal ein paar Server-Disconnects und dass sich mal das Spiel aufhängt. Das ist klar, das ist ein... Das Spiel ist mega groß. Keiner... Keiner... Also muss sehr viel... Also sehr viel Arbeitsspeicher ist da in Betrieb. Weil... Nehmen... Diesen Standort... Sozusagen Orten... Und gleichzeitig, ähm... Ja, die Figur so animiert dahin setzen, dass das passt. Das nimmt sehr viel Arbeitsspeicher weg. Deswegen muss man, wenn man spielt, sehr viel Arbeitsspeicher freimachen, damit es flüssig läuft. Aber... Und während des Fangs ganz wichtig, ähm... Den AR-Modus ausmachen, weil der frisst nochmal. Der lässt das Spielerlebnis sehr, sehr verlangsamt, verruckeln, keine Ahnung. Und, ähm... Das ist... Also ich spiele es ohne AR-Modus und ich finde es sehr gut. Macht auch Riesenspaß hier herumzugehen und da ist ein Pokémon, da ist ein Pokémon, zack, zack. Ich muss es fangen... Ja. Ich muss mal kurz gucken, ob ich wirklich nicht Stärke habe. Nein, nein, das müsste eine Normal-Attacke sein. Äh, nein. Hm, 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 hm. schneider habe ich vielleicht irgendwie das war so ein wanderer das weiß ich vielleicht ist ein pokémon sind da vielleicht hat man den anderen woanders hingetan es hier ein wanderer meine damen und herren hast du vielleicht etwas für mich also du schwärmst nur von den kimono girls ja gut machen wir nebenbei weiter während wir hier nach stärke suchen ja das mit den items ich finde viele haben ja befürchtet da muss man sehr viel geld für progebildet herausgehen das hat nintendo perfekt gelöst mit dem pokestops das also besser hätte man es sich nicht über also umsetzen können können so jetzt habe ich würde die leute die nicht wissen was die pokestops pokestops sind standorte das könnten wichtige denkmale oder auch einfach oder wichtige gebäude sein wo man hingehen muss wo man die medaille einmal umdrehen muss und dann kriegt man da ein paar pokébälle lockt durft und wenn man glück hat auch ein pokémon ei und das hat man perfekt gelöst also es ist niemand gezwungen also ich finde man muss nicht unbedingt geld ausgeben um irgendwie weiter zu kommen das ist jetzt mein man kann wenn man noch mehr pokébälle braucht natürlich aber wenn man jetzt nicht so viele pokestops in der nähe hat aber die resetten sich so schnell dass es pille palle deswegen also niemand kann da wirklich in arca bedrängendes teils pokébälle mangels kommen und ja ich muss mal kurz auf mein handy gucken nicht um zu gucken was bei pokémon go ist nein ich bin jetzt ein bisschen ich habe jetzt wirklich keine idee mehr wo stärke sein kann währenddessen kann ich ja noch mal wir gehen noch mal zurück nach tx city das die musik ist also entspannter soundtracks aus der zweiten generation sind alle ziemlich schön aber das ist mein absoluter lieblings soundtrack und auf zweiter platz ist der von azalea city genau und auf jeden fall also an items mangelt es nicht man bekommt auch per level ab man also die pokémon haben keine levels dafür der trainer level der wilds gibt es nicht und ab dem bestimmten der will bekommt man dann oder items oder keine ahnung also von daher ist das auch ausgeschlossen ja ja schöne grüße an flotox ich habe mein handy macht gerade ein alarm dass ich suche von pokémon ok wir sind nur stadt soweit ich weiß es wusste es jetzt wirklich nicht mehr aber ich habe es auch lange nicht mehr gespielt muss ich sagen schade ist weil die zweite generation ist wie gesagt mein lieblings also noch mal schöne grüße an flotox ich habe dein kommentar gerade erhalten ja gut kommen wir nun zu der kritik also wie gesagt gameplay ist wenn man es jetzt nicht in der ermut spielt super itemmangel kann es eigentlich nicht geben außer man wirft die ganze zeit beim empfangen die progebildet daneben weil man muss genau ziehen um pokémon zu fangen und natürlich gibt es noch mal eine erhöhte fangrate weil wir man kann während des während da ein pokémon erscheint nicht gegen das kämpfen man muss es sofort fangen deswegen wurde da ein bisschen die fangrate modifiziert für also modifiziert ist wenn das anders festgelegt so ist es besser